Leute, habt ihr schon mal was vom Autobahnpolizeisimulator gehört? Das Spiel ist mega funny. Inzwischen gibt es da schon einen dritten Teil von. Und ich sag mal so, der taugt gar nicht mal so viel. Absoluter Schmutz, müsst ihr wissen. Seid ihr nicht in der Lage, im 21. Jahrhundert ein ordentliches Game zu entwickeln? Das Einzige, was man schnappt, ist Augenkrebs und Hirntumor. Ich meine, ihr seid halt ein Cop auf der Autobahn und ihr habt so richtig spannende Aufgaben, wie zum Beispiel Kuhscheiße von der Straße fegen. Und klar, logisch, das ist mega realistisch. Das gehört halt wirklich zum Job von der Autobahnpolizei. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, das Spiel ist ein ganz schöner Flop. Das Krasse ist, ihr alle habt das Spiel mitbezahlt und zwar mit gar nicht mal so wenig Geld. 50 Millionen Euro Steuergeld pumpt die Regierung jedes Jahr in solche Spiele. Dabei hatte der Erfinder der Förderung riesige Ziele mit ihr. Mit ihr wollen wir dazu beitragen, dass Deutschland ein großer, weltweit anerkannter Entwicklerstandort wird. Wie das so klappt, warum es echt gute Gründe für eine Gamesförderung gibt und wie Deutschland dadurch in die Champions League der Spieleentwicklung kommen will, darum geht's heute. Für das Video hier habe ich mir mal die Leute rangeholt, die von dem Thema wirklich Ahnung haben. Nämlich meine Kollegen vom Funk-Format Game2. Die verfolgen das Thema auch ständig, zum Beispiel ihrem Talk-Format Press Select. Genau, und da haben wir uns mit dem Klischee auseinandergesetzt, dass deutsche Spiele ja irgendwie immer so ein bisschen lame sind. Und haben uns gefragt, ja stimmt das eigentlich? Und dazu haben wir uns mit Leuten aus der Branche zusammengesetzt, die was davon verstehen. Das wäre zum Beispiel Felix Falk vom Bundesverband Game oder auch Valentina Birke, der deutschen Indie-Spiel-Coryphäe. Es war wirklich ein spannendes Gespräch, also schaut da gern mal rein. Ich habe mir in diesem Video mal angeschaut, wie es um die Games-Entwicklung in Deutschland so steht. Dafür habe ich exklusiv mit dem Mann gequatscht, der in der Regierung dafür zuständig ist und der hat mir verraten, was da in Zukunft anders laufen soll. Aber zuerst mal, wie steht es in Deutschland eigentlich gerade ums Thema Gaming? In Deutschland wird gezockt, so viel wie noch nie. Knapp 60% der Deutschen spielen Computer- und Videospiele, in jedem Alter, behauptet zumindest der Lobby-Verband Game. Für Entwickler und Spielehersteller heißt das vor allem Cash, Cash und Cash. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Markt für Games hinter China, den USA, Japan und Südkorea. Und das Krasse, trotz der Pandemie hat sich daran nichts geändert. Während quasi die komplette Wirtschaft gestruggelt hat, hat die Games-Branche unter Corona kaum gelitten. Ist ja klar, war ja auch ein mega gutes Lockdown-Hobby. Das Ding ist nur, die deutsche Gaming-Branche hatte davon fast gar nichts. Deutsche Produktionen haben im Rekordjahr 2020 gerade mal 4,2% vom Umsatz ausgemacht. 4,2%! Stellt euch mal vor, ihr habt einen Kuchen mit 20 Stücken und bekommt davon nicht mal ein ganzes. Das heißt also, in Deutschland gibt es Gamer ohne Ende. Die ganzen guten Spiele kommen aber aus anderen Ländern. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Politik hat die deutsche Gaming-Branche jahrelang mega vernachlässigt. Die hatte die quasi gar nicht auf dem Schirm. Daran hat sich erst schrittweise was geändert und vor allem nicht einheitlich. Die Entwicklerszene in Deutschland konnte nie so richtig durch die Decke gehen. Das lag, na klar, am Geld. Deutschland ist als Produktionsstandort mega teuer. So eine Spieleentwicklung dauert gern mal mehrere Jahre. Und allein die Personalkosten dafür sind hier extrem hoch. Und Support, den gab es fast keinen. Erst nach und nach haben einzelne Bundesländer Förderprogramme für Developer an den Start gebracht. Aber sind wir ehrlich, bis heute sind es eher Peanuts. Vom Bund gab es lange gar nichts. Und auch das, was die EU anbietet, ist nicht mehr als ein Tropfen auf einem ganz heißen Stein. Gerade mal 6 Millionen Euro macht die EU dieses Jahr locker. Insgesamt für alle Mitgliedsländer. Deutschland stand also richtig lange komplett auf der Stelle. Überhaupt erstmal so ein Gaming-Studio zu gründen oder aus dem Stand ein gutes Spiel zu entwickeln, ist ohne Support richtig schwer. Das Problem ist, andere Länder wie Frankreich oder Großbritannien haben schon total früh massig Geld in die Entwicklung von hochwertigen Spielen gesteckt. Und natürlich hatten große Developer da mehr Bock drauf. In Polen gibt es inzwischen riesige Entwicklerstudios, die große Spiele wie Cyberpunk oder The Witcher auf den Markt gebracht haben. Manche schreiben da sogar von einer Großmacht für Videospiele. Deutschland ist in der Zeit heftig auf der Strecke geblieben. Und die Politik hat das erst ziemlich spät gemerkt. Immerhin, die damalige GroKo wollte daran drastisch was ändern mit einer Games-Förderung. Nach der Bundestagswahl 2017 wollte sie eine Förderung von Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele einführen, um den Entwicklerstandort Deutschland zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen. Auch aus Deutschland sollten endlich High-End-Spiele kommen, sogenannte Triple-A-Games. Zuständig war dafür niemand Geringeres als er hier. Andi Scheuer von der CSU. Verkehrsminister und Minister für digitale Infrastruktur in der GroKo. Und dem war das Thema wirklich wichtig. Was noch fehlt ist die gesellschaftliche Anerkennung von Computerspielen. Das Image ist leider und völlig zu und recht noch ausbaufähig. Und dann hat er tatsächlich geliefert. 2020 hat er die Gamescom eröffnet, also die riesengroße Gaming-Messe in Köln. Und genau da hat er die Bombe platzen lassen. Wir können jetzt Computerspiele mit Beträgen in Millionenhöhe fördern. Insgesamt stehen uns dafür bis 2023 jedes Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung. 50 Millionen Euro pro Jahr. Nur für Spieleentwicklungen. Das ist mehr als achtmal so viel, wie die EU für alle Mitgliedstaaten zusammen locker macht. Bis zu 50% der Kosten, die für ihr Projekt anfallen, können sich Developer seitdem vom Start holen. Endlich Gaspedal durchdrücken und ab an die internationale Spitze. Oder? Naja, immerhin. Die Förderung hat für die Developer einiges bewegt. Findet zumindest Johannes Roth. Der ist Gründer des Entwicklerstudios Mimimi und hat bei der Förderung ordentlich abgeräumt. Für sein aktuelles Projekt hat er über zwei Millionen Euro vom Start bekommen. Für seine Branche sieht er mega viel Potenzial. Ich würde sagen, es ist noch Luft nach oben. Also man kann noch mehr machen. Auf jeden Fall. Deshalb bin ich auch großer Fan der Förderung. Aber es ist auch schon eine gute Basis da. Klingt eigentlich ganz geil. Trotzdem, es gibt noch Haken. Und zwar ganz schön erhebliche. Ich hab mir mal angeschaut, welche Spiele von der Bundesregierung da bisher so gefördert wurden. Und ich sag mal so, da ist mega viel Trash dabei. Versteht mich nicht falsch. Natürlich gab es auch ein paar echte Positivbeispiele. Curious Expedition 2 zum Beispiel. Die Entwickler haben für das Spiel und für verschiedene Erweiterungen, sogenannte DLCs, maßig Geld bekommen. Und die Community liebt das Spiel. Trotzdem gibt es auch echt einige Games, die vom Ministerium ordentlich kassiert haben, von den Usern aber ganz schön zerrissen wurden. Erstes Beispiel, Stone Deep. Knapp 30.000 Euro hat die Bundesregierung dafür locker gemacht. Auf der Games-Plattform Steam kommt es nicht gut an. Es wird einem einfach nichts erklärt. This game has the AI of a potato. Momentan nur backverseuchter Scheißdreck. Klingt nicht unbedingt nach einer Premiumproduktion. Fairerweise muss man sagen, einige feiern es trotzdem ziemlich. Oder das hier, XCL. Da sieht es ähnlich aus. Knapp 96.000 Euro haben die Entwickler vom Studio Tiny Roar dafür bekommen. Und die Kritiken? Naja. Tough game to like. Definitely not worth its price or your time. Zu viele Fehler. Schlecht, schlecht und nochmals schlecht. Bugs über Bugs. Die Steuerung ist auch für den Popo. Nicht zu empfehlen. Reizt sich ganz gut ein hinter dem Autobahnpolizeisimulator, oder? Dazu kommt, das Online-Portal Gameswirtschaft berichtet, dass die Förderung bei weitem nicht ausgeschöpft wird. Ganz ehrlich, für mich klingt das Ganze bisher echt nicht erfolgreich. Oder um es deutlicher zu sagen, nach einem ziemlichen Flop. Und ihr habt ein bisschen das Gefühl, da wird echt viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Die Frage ist aber ja, warum macht die Regierung das dann überhaupt? Warum brauchen wir überhaupt Games aus Deutschland? Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski hat mal ganz gut zusammengefasst, was sich die Regierung damals von der Förderung erhofft hat. Durch diese Förderung entstehen digitale Innovationen, neue Arbeitsplätze, kulturelle Impulse. Aber mal ehrlich, zahlt sich die Förderung für den Start überhaupt aus? Lasst uns mal hinten anfangen. Stichwort Kultur. Da hat sich Gaming neben anderen Kreativbranchen wie Film, Kunst oder Musik ziemlich etabliert. Und sogar noch ein bisschen mehr, findet Spieleentwickler Johannes Roth. Das ist aus meiner Sicht eben das anspruchsvollste Medium, das wir gerade haben. Es vereint ja alle anderen Konsumarten in einem und ist interaktiv. Und das kommt richtig gut an. Die Software- und Games-Industrie macht im Vergleich zu anderen Kreativbranchen mit Abstand am meisten Cash. Von diesem starken Umsatz profitiert dann auch die Wirtschaft. Die Regierung fördert die Branche also, weil sie sich erhofft, dass am Ende auch wieder Geld reinkommt. Und eine boomende Branche heißt natürlich auch neue Arbeitsplätze. Die Anstellungsverhältnisse in der Gaming-Branche sind tatsächlich ziemlich stabil. Die Jobs sind meistens fest und auch die Bezahlung ist nicht schlecht. Der Spieleentwickler InnoGames hat vor kurzem zum Beispiel mal alle Gehälter offengelegt. Als Developer sind da mindestens 48.000 Euro Jahresgehalt drin. Und manche verdienen sogar sechsstellig. Und ja, auch InnoGames bekommt Geld vom Bund. Ganze 1,3 Millionen hat die Regierung letztes Jahr für ein Spiel locker gemacht. Das heißt, die Branche wächst massiv und die Förderung leistet ihren Teil. Das lockt auch spezialisierte Fachkräfte aus dem Ausland, sagt der Games-Verband. Und das, nachdem die in den letzten Jahren eigentlich immer abgewandert sind. Also nochmal zurück zu dem, was die GroKo damals wollte. Wirtschaft? Check. Arbeitsplätze? Check. Kultur? Check. Gute Gründe für die Bundesregierung, da ordentlich zu fördern. Andi Scheuer hat das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht. Computerspiele machen Spaß. Sie helfen beim Lernen, prägen unsere Kultur und sind wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Branche ist nicht nur kreativ und innovativ, sie leistet auch einen wertvollen Beitrag für Digitalisierung und Fortschritt in unserem Land. Das Ding ist, Andi Scheuer hatte in der Bundesregierung halt nichts mehr zu melden. Seit letztem Winter ist die Ampel am Start. Und da hat vor allem einer Bock auf Gaming. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat sich nicht nur das komplette Thema vom Verkehrsministerium geschnappt, sondern fährt selbst zu Gamescom. Genau wie Andi Scheuer in den Jahren zuvor. Das Problem ist halt, die Förderung, die Andi Scheuer damals announced hat, läuft nur noch bis nächstes Jahr. Und Habeck und die Ampel haben sich noch überhaupt nicht dazu geäußert, ob und wie es mit der Förderung weitergehen soll. Bis jetzt. Leute, ich habe für dieses Video extra mit Michael Kellner gequatscht. Der ist die rechte Hand von Robert Habeck im Wirtschaftsministerium und in der Bundesregierung der verantwortliche Mann fürs Gaming. Und von ihm wollte ich es nochmal genauer wissen. 50 Millionen Euro im Jahr. Für Spiele, die zum Teil meilenweit von dem entfernt sind, wo die Regierung hin will und die von der Community heftig zerrissen werden? Bezahlt von Steuergeld? Die Ampel findet, das ist genau der richtige Weg. So ist es bei Förderung. Nicht alles wird funktionieren. Das gehört auch zum Ausprobieren dazu. Wichtig ist mir, dass wir einen starken Games-Standort in Deutschland haben. Und dann ist es richtig, dass wir aus den Anfängen der Games-Förderung dann eben auch lernen. Ein starker Standort. Bis dahin ist es doch ganz schön weit. Bisher versenkt die Bundesregierung eher Geld ohne Ende. Für nichts, oder? Den Gedankengang kann ich voll nachvollziehen. Wenn man da sieht, da kommt ein Spiel vielleicht gar nicht raus oder es kommt raus und ist nicht so gut, dann denkt man sich so, warum hat man da jetzt Geld drin versenkt? Also würde ich einmal sagen, ein gescheitertes Team ist sozusagen ein deutlich klügeres Team, weil in der Games-Branche, behaupte ich zumindest immer, geht es eher darum, möglichst viele Chancen zu kriegen, Spiele zu entwickeln. Ah ja, also ein bisschen nach dem Motto, what doesn't kill you makes you stronger. Johannes Roth sagt, von zehn Spielen sei immer eins so gut, dass es die anderen neuen Flops ausgleichen würde. Trotzdem, da jahrelang auf den Nacken von Start vor sich hin zu programmieren und hoffen, dass irgendwann mal was Geiles rauskommt, das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? So ein Spiel entwickelt sich halt nicht über Nacht. Das dauert drei, vier Jahre vielleicht auch mal. Das heißt, man muss auch warten, sozusagen, bis da die Früchte wirklich geerntet werden können. Also doch. Johannes' Forderung an die Bundesregierung ist deshalb ganz klar. Gebt der Gaming-Branche mehr Zeit und weiterhin Geld? Das Problem ist aber, bisher ist noch überhaupt nicht klar, wie es nach 2023 weitergeht. Die Ampel hat zwar Bock, aber noch lange nicht zu verkünden. Genau genommen war Staatssekretär Michael Kellner ganz schön zurückhaltend, als ich ihn gefragt habe, was er an der Förderung eigentlich gut oder schlecht findet. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, wir haben das dieses Jahr übernommen, ist die bisherige Förderung zu evaluieren. Es war richtig, dass es diese Förderung gab, aber ehrlicherweise, das hat man neu gemacht. Und dann ist es auch richtig zu schauen, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, und das eben dann auch nachzusteuern. Eine klare Ansage ist das nicht. Zumindest hat er versprochen, sich für eine Verlängerung der Förderung einzusetzen. Die muss aber bis nächstes Jahr stehen und noch von der EU und dem Bundestag abgesegnet werden. Wie die dann am Ende aussehen wird, darüber hat er nichts gesagt. Und so viel Zeit bleibt unterm Strich nicht. Eine Sache hat mich dann doch ganz schön überrascht. Im Prinzip hat Michael Kellner genau das gleiche gesagt wie seine Vorgänger. Das mit der Wirtschaft. Das ist eine große, große Branche, ein riesiger Umsatz gemacht, ein bisschen Wirtschaftszweig, wo ich mir wünschen würde, dass Deutschland da eben auch drin stark ist. Und auch das mit den Arbeitsplätzen. Da ist ein riesiges Potenzial, da ist ein geiler Berufsfeld, wo man wirklich auch gute Jobs finden kann. Nur bei einer Frage, da hat er ein bisschen anders geantwortet, als das, was wir von der letzten Regierung gewohnt sind. Nämlich bei der Frage nach der Kultur. Das würde ich mir gerne offen lassen, die Frage darauf. Das würde ich mir gerne mal genauer anschauen, bevor ich mich da festlege. Ich glaube, wichtig ist, dass es eine Auseinandersetzung damit gibt. Aber jetzt kein Ministerium kann vorschreiben, was Kultur ist und was gut oder schlecht ist. Dann wäre ich etwas zurückhaltender. Und das ist eine ganz schön krasse Antwort. Das Ding ist nämlich, bisher muss jedes Spiel, das vom Ministerium gefördert werden soll, einen sogenannten Kulturtest bestehen. Ohne Scheiß, die nennen das selber so. Und ja, die Hürden sind dann nicht so hoch. Trotzdem ist es de facto gerade so, dass das Ministerium Spiele eben auch auf ihre Kultur prüft. Und das dann auch in die Entscheidung mit einfließt, ob ein Spiel gefördert wird oder nicht. Und auch darauf, wie die Ampel das in Zukunft handhaben will, konnte mir Michael Kellner noch keine Antwort geben. Fazit. Ich finde, die Games-Förderung ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee. Viele Indie-Studios, die sonst kaum Kohle haben, können dadurch überhaupt erst den nächsten Schritt gehen. Die Games werden besser, die Branche boomt, eine Win-Win-Situation für Gamer und Developer weltweit und, let's face it, auch für Deutschland. Es gibt aber einen großen Haken und der heißt Zeit. Bisher hapert es mit der Förderung echt noch an einigen Stellen. Unter den Spielen, die gerade gefördert werden, ist echt viel Trash. Und das sage nicht ich, das sagen vor allem die User. Dafür ist die Förderung bisher echt ein teures Hobby der Bundesregierung, bezahlt aus Steuergeldern. Ich glaube aber, das kann sich ändern. Nur, dafür braucht es halt auch eine klare Strategie. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber Andi Scheuer hatte die. Er hat das Ganze ordentlich in die Wege geleitet und war immer eng mit dabei. So einen konkreten Plan sehe ich bei der Ampelregierung gerade nicht. Ja okay, die aktuelle Förderung läuft auch erst Ende 2023 aus. Aber dass die Regierung erst jetzt mit der Evaluation der Förderung startet und nicht schon früher mal gecheckt hat, wie es eigentlich so läuft, wirkt auf mich ein bisschen fahrig. Die Ampel muss jetzt also so langsam mal ein bisschen in Gang kommen und dann vor allem eins tun. Liefern. Und sei es erstmal eine klare Strategie. Aber jetzt zu euch. Wusstet ihr, dass die Regierung jedes Jahr so viel Geld in die Games-Förderung pumpt? Und was ist aktuell euer absolutes Lieblingsspiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Die Zukunftsstrategie von unserem Abo-Button ist ganz klar. Jede Woche die besten Politik-Infos liefern. Direkt draufklicken. Hier haben wir uns mal angeschaut, warum Amazon der Politik immer einen Schritt voraus ist. Und hier gibt es mehr zum Thema Games made in Germany bei Game2. Das war's.